300 Meter, bis ich wieder mit der Kontaktperson reden kann, alles klar. Danach werde ich dann die Mission weiterverfolgen. Hey guy, wassup? Ich will euch nicht belästigen, aber ich habe bemerkt, was ihr getan habt. Sehr nett von euch. Was geht denn hier vor? Die Rotröcke ziehen die jungen Männer aus der Gegend ein. Ein Unrecht. Ich dachte, vielleicht können wir zusammen etwas dagegen tun, falls ihr Zeit habt. Und was soll ich machen? Dasselbe wie eben, mehr nicht. Ich habe da einen Plan, doch die Leute müssen wissen, dass ihnen jemand hilft. Kommt zu mir, wenn ihr fertig seid. Ihr helft also. Die Anwerber haben Angst, weiter zu rekrutieren. Bald sind wir soweit. Finde ich auch. Toll. Was soll ich in der Zwischenzeit machen? Schön, oder was? Soll ich jetzt wieder so ein Bug-Ding, oder? Kurz killen. Meine Güte, bleib doch hier. Gut, dann helfe ich dir vielleicht irgendwann anders. Wenn du jetzt nicht willst. Dann hauen wir mal ab und machen die Mission weiter. Die Hauptmission. Egal, mach jetzt einfach schnell reißen bis dahin. Jetzt auch nicht mehr viel, viel mehr Lust. Ins Grenzen halt bitte. Ja. Natürlich. Abschuss. Ja, also hier werde ich ganz sicherlich sehr wenig machen. Hier ist noch eine Siedlungsmission. Siedlungsmission mache ich gerne. Gut, Siedlungsmission werde ich machen. Da werde ich aber... Ne, wenn ich jetzt sage, ich skippe, dann... Wisst ihr ja, was passiert? Ich werde nicht skippen. Weil ich es vergessen werde. Ich hau einfach ab. Ich hau einfach ab. Okay. Komm schon Lex. Lexington und Concord haben wir jetzt betreten bzw. passiert. Komm schon. Haben die gerade mein Pferd gekillt, Alter. Wie ist die denn drauf? Wie ist das? Sie einfach mit Pferd gekillt haben, mir geht ja gar nicht. Boah, 500 Meter noch, komm schon. 450 gleich. Komm schon. Ich hab mein Pferd verloren, ich weiß. Was mach ich denn? Warten mach ich denn bloß, ey. Ja, aber... Konnte man nicht irgendwie sein Pferd oder so rufen? Ich hab keine Ahnung. Naja. Bin ja sowieso jetzt gleich da. Hoffentlich. Okay, was sollte das auch immer? Wir sind da. Okay. Komm nachher. Er traut sich. Hm, wer traut sich, ja? Ich hab keine Ahnung. Okay. Du hast alles, was schuld. Die sind doch auch nicht. Dann schau mal. Gehen die Ahnung. Okay. Und schau mal. Uh. Okay. 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 etter. Das ist doch einfach. Okay. Yeah. Was ist geschehen? Sie wollten, dass wir unsere ganze Ernte der Krone geben. Warren weigerte sich. Sie töteten das Vieh, salzten den Acker und zerrten uns raus. Den Rest kennt ihr ja. Ich fürchte, wir können euch nichts geben für die Hilfe Fremder. Wir haben nichts mehr. Vielleicht gibt es da etwas, was ihr tun könntet. Jederzeit. Ich lebe in einer kleinen Gemeinde, nicht weit weg. Der Boden ist gut. Meine Nachbarn könnten frisches Gemüse, Weizen und Mais gut brauchen. Wenn ihr eure Farm wieder aufbaut, würdet ihr gedeihen. Das ist sehr großzügig. Wir sehen es uns an. Danke. Missandert. Krieg ich übrigens ein Pferd? Da sind Pferde. So. So. Ein interaktives Gespräch. Hm. Ja. Egal. Danke. Denn von hier aus ist es nicht so weit dahin. Nur 800 Meter. Hahaha. Aber unsere Gemeinde soll ja gedeihen und prächtig sein, ne? Also immer schön nice sein. Deswegen müssen wir die weiter aufbauen. Und deswegen machen wir hier den ganzen Shit. Töten Rohdrücke. Und so. Und überzeugen Leute, in unsere Gemeinde zu ziehen. Für das große Gute. Für das große Gute. Für das große Gute. Interaktive Gespräche, kurz abhören. Beziehungsweise mithören. Was auch NSA-Style. Ja. Ähm. Ne. Äh. Einfach nur ans Lagerfeuer sitzen. Was auch immer. Was auch immer da ist. Zu hören. Es kann interessant sein. Und deswegen machen wir das hier. Vielen Dank, mein Freund. Für den Rest des Weges brauche ich dich jetzt nicht mehr. Oh, ist das ein. Oh, interaktive Gespräche. Im Dorf. Läuft, Freunde. Obwohl. Oh, Abda. Auch immer. Nürf. Ich äh. Willi. Wir sind mit. Und. Unverständlich. Unverständlich. Vers consortiere. Aus oo mit. Ach. 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 Die Ur-Mutter, die große Mutter, keine Ahnung, wie hieß die noch, die Frau? Genau. Hat die noch irgendwas zu sagen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles klar, dann wieder zurück.